Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema des Nationalsozialismus an. Die Rassentheorie und der Antisemitismus waren zentrale Bestandteile der nationalsozialistischen Ideologie und spielten eine entscheidende Rolle, BAI, der Gestaltung der Politik des Dritten Reiches. Diese Vorstellungen basierten auf pseudowissenschaftlichen Theorien, die behaupteten, dass die Menschheit in verschiedene Rassen unterteilt sei, die sich in ihrem Wert und ihrer Bedeutung unterschieden. Die arische Rasse, zu der sich die Deutschen zählten, wurde als die überlegene Rasse angesehen. Diese Überlegenheit sollte sich nicht nur auf körperliche Merkmale, sondern auch auf geistige und moralische Fähigkeiten beziehen. Die Nationalsozialisten behaupteten, dass die arische Rasse dazu bestimmt sei, die Welt zu beherrschen und die Kultur voranzubringen. Diese Ideen fanden ihren Niederschlag in den Pseudowissenschaften der Eugenik und der Rassenhygiene. Eugenik befasste sich mit der Verbesserung des genetischen Materials einer Bevölkerung durch gezielte Fortpflanzung. Rassenhygiene zielte darauf ab, die Reinheit der arischen Rasse zu erhalten und vermeintlich minderwertige Rassen auszuschließen. Diese Ideen wurden durch pseudowissenschaftliche Studien und Veröffentlichungen gestützt, die versuchten, rassistische Vorurteile zu legitimieren. Antisemitismus, der Hass auf Juden, war ein zentrales Element der nationalsozialistischen Ideologie. Die Nationalsozialisten betrachteten die Juden als die gefährlichste und schädlichste Rasse. Sie behaupteten, dass die Juden für alle negativen Entwicklungen in der Welt verantwortlich seien, von Wirtschaftskrisen über politische Unruhen bis hin zu kulturellem Verfall. Diese Verschwörungstheorien stellten die Juden als eine Bedrohung für die arische Rasse und die deutsche Nation dar. Die NSDAP nutzte diese antisemitischen Ideen, um politische Unterstützung zu gewinnen. Propagandamaterialien, Reden und Zeitungsartikel verbreiteten antisemitische Stereotype und Hetze. Juden wurden als Sündenböcke für alle Probleme der Gesellschaft dargestellt. Dieser systematische Antisemitismus führte zu einer schrittweisen Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und später in den von den Nazis besetzten Gebieten. Die nationalsozialistische Regierung setzte ihre rassistische Ideologie systematisch in Gesetze und politische Maßnahmen um. Ein bedeutender Schritt war die Verabschiedung der Nürnberger Gesetze im Jahr 1935. Diese Gesetze definierten, wer als Jude galt und welche Rechte Juden hatten. Sie verboten Eheschließungen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Ariern und entzogen den Juden die deutsche Staatsbürgerschaft. Diese Gesetze waren ein wichtiger Schritt zur Isolierung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung. Die Nazis führten auch Programme zur Rassenhygiene durch, die Zwangssterilisationen und die Ermordung von Menschen mit Behinderungen oder als rassisch minderwertig angesehenen Gruppen umfassten. Diese Maßnahmen wurden als notwendig angesehen, um die Reinheit der arischen Rasse zu bewahren und die Gesellschaft zu säubern. Der Höhepunkt der antisemitischen Politik war der Holocaust, die systematische Ermordung von 6 Millionen Juden während des Zweiten Weltkriegs. Dies wurde durch die Errichtung von Konzentrations- und Vernichtungslagern erreicht, in denen Millionen von Juden, Roma, Sinti, Homosexuellen, politischen Gegnern und anderen Minderheiten gefangen gehalten und ermordet wurden. Der Holocaust war der grausamste Ausdruck der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus. Die rassistische Ideologie der Nationalsozialisten hatte weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Sie prägte die Bildung, die Kultur und das soziale Leben in Deutschland. Die Propaganda des Regimes verstärkte die Vorstellung von der Überlegenheit der arischen Rasse und der Notwendigkeit, andere Rassen zu unterdrücken oder zu vernichten. Schulen und Universitäten wurden Orte der Indoktrination, an denen die nationalsozialistische Ideologie gelehrt und verbreitet wurde. Kinder und Jugendliche wurden in Organisationen wie der Hitlerjugend systematisch indoktriniert und auf ihre Rolle in der arischen Gesellschaft vorbereitet. Diese rassistische Ideologie führte auch zu einer Militarisierung der Gesellschaft. Der Krieg und die Eroberung neuer Lebensräume wurden als notwendige Schritte zur Sicherung der arischen Überlegenheit angesehen. Die Wehrmacht und die SS spielten eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Ideologie, indem sie an den Eroberungen und den Verbrechen in den besetzten Gebieten beteiligt waren. Die Ideologie der rassischen Überlegenheit rechtfertigte die brutale Behandlung der einheimischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten und die systematische Vernichtung von Millionen von Menschen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Niederlage des nationalsozialistischen Regimes wurde die rassistische Ideologie des Nationalsozialismus weitgehend diskreditiert. Die Nürnberger Prozesse und die Entnazifizierung machten die Verbrechen des Regimes öffentlich und führten zu einer breiten Ablehnung der nationalsozialistischen Ideen. Dennoch blieben die Auswirkungen dieser Ideologie in der deutschen Gesellschaft spürbar. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Regimes wurden zu zentralen Themen in der Nachkriegsgesellschaft. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Der Lebensraum und Expansionismus waren zentrale Bestandteile der nationalsozialistischen Ideologie und prägten die Außenpolitik des Dritten Reiches maßgeblich. Diese Vorstellungen basierten auf der Idee, dass die deutsche Nation zur Erhaltung ihrer Stärke und Reinheit zusätzlichen Raum benötige, um sich zu entfalten. Adolf Hitler und seine Anhänger propagierten die Erweiterung des deutschen Territoriums, insbesondere nach Osten, um neuen Lebensraum für das deutsche Volk zu schaffen. Dieser Expansionismus war eng mit rassistischen und imperialistischen Vorstellungen verknüpft. Die Ursprünge des Lebensraumkonzepts lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Der deutsche Geograf Friedrich Ratzel entwickelte die Idee, dass Völker, ähnlich wie Organismen, Raum zum Wachsen und Gedeihen benötigten. Diese geografischen und geopolitischen Theorien wurden später von den Nationalsozialisten aufgegriffen und radikalisiert. Hitler übernahm diese Konzepte in seinem Buch »Mein Kampf«, in dem er die Notwendigkeit betonte, neuen Lebensraum für das deutsche Volk zu erobern. Besonders Osteuropa, insbesondere Russland, wurde als Zielgebiet identifiziert, das erobert und kolonisiert werden sollte. Die einheimische Bevölkerung sollte vertrieben oder versklavt werden, um Platz für deutsche Siedler zu schaffen. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde das Lebensraumkonzept zur Leitlinie der deutschen Außenpolitik. Die ersten Schritte in Richtung Expansion waren der Austritt aus dem Völkerbund und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Dies ermöglichte es Deutschland, seine militärische Stärke wieder aufzubauen. Die Besetzung des Rheinlandes 1936, der Anschluss Österreichs 1938 und die Zerschlagung der Tschechoslowakei 1939 waren frühe Beispiele dieser aggressiven Außenpolitik. Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Dieser Krieg diente nicht nur der territorialen Expansion, sondern war auch ein ideologischer Krieg zur Schaffung des Lebensraums im Osten. Die nationalsozialistische Expansion hatte verheerende Folgen für die betroffenen Gebiete und ihre Bevölkerung. In den eroberten Gebieten Osteuropas wurde eine brutale Besatzungspolitik eingeführt. Die einheimische Bevölkerung wurde systematisch unterdrückt, deportiert oder ermordet. Städte und Dörfer wurden zerstört und die Infrastruktur wurde für die Bedürfnisse der deutschen Besatzer umgestaltet. Ein zentrales Element dieser Politik war der Generalplan Ost, ein detaillierter Plan zur Germanisierung Osteuropas. Er sah die Vertreibung und Vernichtung von Millionen von Menschen vor, um Platz für deutsche Siedler zu schaffen. Dieses Vorhaben ging Hand in Hand mit der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, die im Holocaust gipfelte. Die Kriegsführung im Osten war von extremer Brutalität geprägt. Die Wehrmacht und die SS begingen zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Zivilbevölkerung litt unter Hunger, Zwangsarbeit und Massenerschießungen. Die sogenannten Einsatzgruppen, mobile Tötungseinheiten, folgten der Wehrmacht und ermordeten systematisch Juden, Roma und andere als rassisch minderwertig betrachtete Gruppen. Die nationalsozialistische Besatzungspolitik und der Versuch, Lebensraum im Osten zu schaffen, scheiterten letztlich an der militärischen Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Die menschlichen und materiellen Verluste waren enorm. Millionen von Menschen verloren ihr Leben und große Teile Europas lagen in Trümmern. Der Expansionismus der Nationalsozialisten war nicht nur ein militärisches und politisches Projekt, sondern auch ein ideologisches. Er basierte auf der Vorstellung, dass die arische Rasse das Recht und die Pflicht habe, über andere Völker zu herrschen und deren Gebiete zu übernehmen. Diese rassistische Ideologie rechtfertigte die grausamen Maßnahmen und Verbrechen, die im Zuge der Expansion begangen wurden. Sie förderte einen rücksichtslosen Umgang mit Menschenleben und eine extreme Brutalität, die sich in den Verbrechen gegen die Menschlichkeit und im Holocaust manifestierte. Nach dem Krieg und der Niederlage des Dritten Reiches wurden die Verbrechen des nationalsozialistischen Expansionismus umfassend dokumentiert und verurteilt. Die Nürnberger Prozesse stellten führende Nazis wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen gegen den Frieden vor Gericht. Die Nachkriegszeit war geprägt von der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Suche nach Gerechtigkeit für die Opfer. Die Erinnerungen an die Verbrechen und die Lehren aus dieser Zeit sind bis heute von zentraler Bedeutung für das historische Bewusstsein und die politische Kultur in Deutschland und Europa. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass Du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME-B deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft Dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher Dir noch heute Dein Exemplar. Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und Dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.